So, dieses Bild muss jetzt alles retten. Umglaubst du sein Chloe, ja. Danke, du hast uns gerade den Arsch gehalten, Warren. Ah, ein Schild. Nein. Wenn ein paar wieder so weit geht, dann kommen wir nicht hinterher, ne? Ja, aber... So, das ist kein Weg, der Punk-ass-Bich, Nathan Prescott, hat mich geholfen. Du bist richtig, er wird nicht. Mark Jefferson hat dich geholfen, und andere. Jefferson, der Kunst-Teacher? Das ist Buhl-Shit. Nathan ist der fucking Serial-Killer. Wir haben das Beweis. Entschuldigung, ich gehe nach der Party, um sicherzustellen, dass er niemand wiederhört. Du kommst? Nathan ist tot, und du bist in Gefahr. Dieser F***er ist bereits tot? Wie wirst du das wissen? Weil ich Zeitreisen kann. Ja, David. Das probiere ich doch gerade. Danke. Also, Y wäre einfach nur die Tatsache. Okay, B natürlich auch. Wenn wir mal X gehen, ne? Jefferson hat mir wehgetan. Ich glaube, dann ist vorbei bei Chloe. Ich glaube, spätestens dann... ...hört sie mir, glaube ich, ganz genau zu. Chloe. Jefferson hat mich verabschiedet und verabschiedet. Ich war in seinem Bunker geholfen. Du hast keine Ahnung, was ich durchgebracht habe, um zurückzukommen. Aber ich konnte nicht, dass du sterben. Du hast mich zurückgebracht, und ich kann nicht wieder verlieren. Ich will nicht. Max, ich bin so sorry. Ich war derjenige, der dich in all diese Scheiße. Niemand, besonders du, sollte das durchgehen. Jetzt müssen wir Jefferson stoppen. Mit einer Bunker. Nein. Nein. Hey, Chloe, dann landen wir vom Ort im Knast. All I'm gonna do is just break it over and over again. I know how this is gonna turn out. And I'm afraid I'm fucking up all these alternate realities. Wait, alternate realities? What do you mean, Max? What did you do? Ein, zwei Zeitsprünge aus Zeitsprünge heraus? Alter, wir haben die Zeitlinien so zerfickt, ey. Ja, was heißt schlechte Entscheidungen? Wir hatten halt null Wahl, ne? Es ging halt nicht anders. Aber, ja, Zeitsprünge aus dem Zeitsprung heraus zu tätigen, war, glaube ich, wirklich nicht die beste Idee. Ich glaube, das hat es echt ein bisschen übertrieben. Chloe, I'm, I'm gonna tell you the truth, no matter what. I changed your past. And I, I had to make a terrible choice. And I, I, Max. Oh, please tell me. I won't be mad at you. I was able to go back in time. Ah. To the last day William was alive. I stopped him from leaving, but, but you ended up in a car crash instead. You saw my dad again? You, you were completely paralyzed. And, you, you were in pain. You were slowly dying. And you, you, you asked me to end your life. I did. For you, I, I, I didn't want you to suffer in any other timeline or reality. I, I, I couldn't bear the thought of you in any more pain. God, Max. That must have been, that must have been awful for you. I, I'm so sorry I had to ask you that. It was worse for you. But I had no idea what would happen. And as usual, I messed everything up. And I never want to hurt you. Ever. You have to believe me. Of course I do. That's why I would even know how to handle that situation. Nobody would. The important thing is that we're together again. You're right. That's why you should come with me. So we can stay together. And stay alive. I hear you, Max. But do you think we should let Jefferson get away with Torture and murder? Of course not. If we tell David, he'll believe us. And he can actually stop him. Have we done this in this time? I don't know. I don't know. Why do you trust him, after you've totally blamed him the other day? He's not even at our house anymore. Yeah. Yeah, there's so a moment. If he didn't track down the darkroom, I'd be dead right now. Max, I had no clue. I should have been the one to save you. But I'm so grateful, David was there. So what's your plan? I tell him everything. Including that Victoria is in danger. Okay. Yeah, maybe we can find out, that she's been brought in the next time. I thank you so much. I believe you were dead. After all, I'm still your faithful companion. Yes, you are. So listen, in a few minutes, I won't know any of this happened. Nothing. We absolutely have to stay in your room and do nothing. Then we explain everything to David. And we finally let him do his job. You'll have to tell me exactly what I did and said just now. Just explain that I traveled through time using the photo. Will you believe me? I will always believe you, Chloe. Stimmt, das ist interessant, ne? Was passiert, wenn Max aus unserer Zeit, aus der Max wieder verschwindet quasi? Da muss ja wieder die andere Max da sein. Das hätten sie halt schon lange machen sollen. Einfach zur fucking Polizei gehen. Sei es jetzt David oder halt die Polizei, wie auch immer. Das hätten sie schon lange machen sollen, ne? Aber den Sturmfilm wird das auch nicht mehr. Oh, Chloe! Ich sehe, dass Max wirklich Max wieder zurück ist. So, wie war dein Zeitpunkt, Mann? Shut up. Oh, du bist alive! Du bist alive! Oh, beide von uns! Ich habe so viel gemacht, um dich zurück zu bringen, Chloe. Es funktioniert, es funktioniert. Du bist mit mir wieder. Und es sieht, dass sogar die Tod nicht uns ausführen will. Und ich habe durch mehrere Realitäten reingegangen, um mich nicht zu retten, um mich nicht zu retten, um mich zu retten, um mich zu retten. Und ich hoffe, es hat es gut gemacht. Aber ich bin nicht zu retten, dass ich mich aus deinem Leben auswählen möchte. Nach dem ganzen Job. Du kannst dir schon sicher sein, dass ich mir dann die Arbeit hier gespart hätte, ne? Vielleicht habe ich es mit dem Bühnen gebildet oder etwas. Ich wollte immer meine Leben sein, ein Sprecher. Aber nicht ohne dich. Und es hat nicht passiert, bis ich hier zurückgezogen bin. Also ohne dich, meine Macht nicht mehr existieren. Und für ein irgendwelchen Wissenschaftlern, das wir sicherlich nie verstehen, wir sind uns gemeinsam, in diesem Moment in der Geschichte. Ich muss mich daran denken, dass Rachel etwas hinter den Schrauben war, um die Freiheit zu kämpfen. Ich möchte auch das denken. Wir alle an Rachel Amber. Jetzt erzähl mir alles, was passiert. Du erinnerst, oder? Wir haben die Partie gelegt und wir haben sicher, dass Jefferson uns nicht finden konnte. Ich war einmal in einer realen Fortress. Dann die Wurzeln war sehr verrückt und du sagst, dass wir in der Lichterung sind. ja und diesmal ist es keine version mehr man ist schon wieder hier alter jetzt geht es aber richtig ab das wäre ziemlich übel diese woche in der jetzt wird es richtig abgedreht macht es nicht irgendjemand wird bestimmte erklärung dafür finden es gibt ja schließlich viele viele theorien zu diesem spiel zu den verschiedensten dingen es war also schöner style gefällt mir ganz kurz hinterfragen was die scheiße soll dass plötzlich der controller die blickempfindlichkeit gefixt wurde es gab ein update wieder ich glaube wir sind auf patch b oder c sogar und offensichtlich haben sie endlich die blickbeempfindlichkeit gefixt naja ist aber noch extrem empfindlich ich verstehe das nicht guck mal guckt euch diesen riesenbalken an und ich bewege mich in den untersten drei ne einstellung wer also i don't know sorry sorry leute ich hab es noch ein bisschen umgestellt das ist noch dasselbe wie früher oh oh what the fuck you gotta be fucking kidding me i don't ich weiß nicht ob das ist ein träum oder ein nehm ich nehme diese foto aber sowas davon kann ich jetzt wieder rachel hinschreiben wenn ich es noch mal angucke ich kann es nicht noch mal angucken okay cool alter ein riesen euchhörnchen alles klar ich will sterben ich will sterben alter nicht noch nicht noch nicht mehr noch nicht mehr das heißt dass du im knast bist aber ne eigentlich weder er noch er ist er nicht im knast tatsächlich ne in der aktuellen zeit Oh, das ist zu gut. Ich meine nicht. Aber andererseits passt das zu der Atmosphäre hier, ne? Hier ist alles ein bisschen... ...creepy abgedreht. Schau an all diese sterben Böden. Junge. Das kann nicht real sein. Ja, offensichtlich... ...geht ein bisschen Scheiße ab. Oh nein. Oh, fuck. Rachel doesn't deserve any of this. Wenn der Leuchtturm erstmal so aussieht, ne? Von wegen, wir sind jetzt ja beim Leuchtturm. Puh. I'm not going to take the bait. I'm not. I see you, Max Caulfield. Ich hab dich nicht gesehen. Das ist die Hölle, ja. Ja. Ich kann den Rest deines Lebens dafür bringen. Weil, woran geht das ja nicht mehr? Man muss hier irgendwas auswählen, oder? Pfff. 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 Meine Selfies are shit. I need to be framed by a real artist. I'm just a poser. Yes. You will be posing. For me. Pfff. Der war seine kranke Scheiße. Ah! Ah! Und weg ist er. Alles klar, Bruder. Wenn das doch in Realität mal so einfach wäre. Ich glaube nicht. Darf ich jetzt gehen, bitte? Oh! Ah, ja, natürlich. Selbstverständlich ist das. Aber freilich. Boah. Feuer auf dem Teppichboden ist schon auch eine gute Idee. Oder vielleicht ist das gar kein Teppichboden. Hm, doch das ist ein Teppichboden. Pfff. Wir können hier nichts angucken, ja. Krass auch, dass gar keine Musik spielt, ne. Nicht mal so ein bisschen was creepy mäßiges im Hintergrund. Einfach gar nichts. Einfach nur still. Oh, what the fuck. Maxime, bleib gefälligst am Ball. Wie oft muss Chloe noch vor deinen Augen sterben? Vielleicht würdest du lieber... Ach, ich weiß nicht. Dein Leben leben? Finde meine Katzenbilder. Mein Herz ist zerbrochen. Oh, die haben wir gefunden. Mach ein Selfie, Nutte. Ja, uns gehen die Möglichkeiten aus. Auf zum Leuchtturm. Max, warum willst du da umbringen? Was hat die Welt dir getan? Piest. Oh, hier sind auch neue Beschreibungen drin jetzt, oder? Ah, ne, tatsächlich nicht. Das sind dieselben. Habe ich euch, glaube ich, noch gar nicht gezeigt, Leute. Aber ja, hier gibt es zu jedem Charakter so eine Beschreibung von Max. Ähm. Nicht so wichtig. Hm. Oh, wow. Moment. Max, wir haben ein Video, wie du Chloe eine Überdosis verbreichst. Es gibt kein Entkommen. Du kannst dich in keiner Realität verstecken. Unterschätze mich nicht verstanden. Max, ein Shooting-Mitch ist einfach so ein Hammer. Er hat dich schon eingefangen. Wenn du willst, können wir uns zusammen kiffen. Ha! 25 Uhr! Das ist nicht zum ersten Mal! 25 Uhr! Alles klar, Bruder. Am 1.4. Hm. Ja. Alles klar. Du Schlampe, leg dich nicht mit Frank an. Oder mir. Hast du Leckerli? Alter Poppy, du was? Hi Max, Rachel Amber hier. Ich wollte mich nur vorstellen. Wir sehen uns bald. Sehr bald. Guten Abend, Junge Max. Die Eichhörnchen reden mit mir. Aber wie tust du es? Samuel hat kein Indy. Das ist unsere ganz persönliche Hölle. Ich kann nicht mal mein eigenes Zimmer. The fuck?! Alter! Die fetten fucking Wale! Ich kack ab! Ich möchte mal nachgucken, ob man nicht dieses Eichhörnchen aus dem Fenster fotografieren muss oder so. Wahrscheinlich nicht. Junge! Wir bangen vor Jesus. Ja das kennen wir. Hey Kate! Max, warum hast du mich von zu hoppen? Welchen irgendein Freund bist du? Du hast mich nie erfunden. Oder was ist passiert? Jetzt wird meine Familie hier niemandem lächeln und das bedeutet, dass ich immer nur alleine sein werde. Danke für dich. Kate! Das ist nicht wahr. Ich bin immer dein Freund. jetzt können wir in die ganzen türen rein ja ja ich möchte max zimmer oder die dusche ne ich möchte max zimmer weiß nicht was überhaupt einen unterschied macht welche tür mal hier sind leute wir gehen im exzimmer okay das war offensichtlich die falsche tür stimmt so war das man muss hier die richtige tür finden wenn man es nicht schafft dann muss man auf einer interschleife sein richtig dann folgen wir kate i guess nein ah wie war die lösung hier noch gleich einfach alles ausprobieren nein oder ich glaube es gibt irgendeinen trick bei der sache wie man rausfinden kann wohin muss maybe die kerzen guck mal victoria da bricht direkt beim spiel zusammen holy shit land ist gerade das klo wird es ja wohl nicht sein holen wir nochmal hier ich glaube hier war stella oder brooke oder so god fucking dammit jetzt habe ich doch gleich alle türen ausprobiert oder nehmen wir die erste selbstverständlich gibt es irgendwelche hinweise hier siehst du sag ich doch irgendwann gab es den trick dabei okay moment irgendwie gab es den trick dabei ah guck mal da eduard 3 1 8 wir sind aber auf ebene zwei hier gibt es keine drei ja türen dann probieren wir 218 das wäre dann die hier die hatte ich schon oder ich probiere die duschen oh wait doch 218 sag ich doch hä willst du dich verarschen nur weil ich jetzt den kack schlüssel ab oder was ah also doch okay holy fucking shit und natürlich sehen wir es wieder aus wie rachel amber das ist die da da wow das ist die das ist das 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 dormitory zu der zeit als rachel noch hier war welches zimmer war ganz vorne unser zimmer gab es noch nicht beziehungsweise terror gassier wer auch immer das ist roll gassier 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 den nachnamen kennt man doch von irgendwoher aus life is strange schon oder kamen er in life is strange 2 vor ich hab das gefühl der gab es schon mal irgendwie im life is strange also in dem nachfolgenden spiel glaube ich wird dann verwendet I don't know. Ja, hier kommt auch Lila. Lila Lee. Ist das dieselbe Lila aus Life is Strange 2? Probably not, aber wäre immer interessant zu wissen. Falls jemand von euch weiß, wie Lila aus Life is Strange 2 mit Nachnamen heißt, dann schreibt das gerne mal in die Kommentare. Okay, wir müssen wahrscheinlich in Dracials Zimmer, I guess. Aber warte mal, ich guck mal vor, ob da nicht noch irgendwo ein Schlüssel liegt. Nein. Okay. Alter, diese Missing Poster hier. Ich meine, gut, so sah das damals logischerweise nicht aus, als Rachel hier war. Achso, ich guck auch noch mal aus dem Fenster da vorne. Ich möchte ja nicht das Eichhörnchen verpassen. Okay. Ja, dann nehmen wir direkt das Zimmer hier vorne. Lol, es gab einen Moment, wo man Victoria spielt. Das ist jetzt wieder die Zeit, wo Max schon da ist. Okay. Ja, dann gehen wir in ihr Zimmer, schätze ich mal. Mal warte. Ja gut, als Victoria werde ich bestimmt keine Bilder machen können, oder? Glaube ich nicht. Wäre jetzt ziemlich seltsam eigentlich. Gehen wir in den Zimmer. Ich habe vorhin das verwechselt. Stella war ganz außen und hier ist Victoria. Das ist gar nicht so schlecht, dieser Moment hier mit den ganzen Bildern, die sie gemacht hat. Hier quasi ausgehangen. Damit könnte ich arbeiten. Lol. Dann schätze ich mal, gehen wir jetzt in unser Zimmer. Oh mein... Boah. Ich habe ja irgendwie damit gerechnet, weil ich die ganze Zeit ja schon die Fenster abgecheckt habe wegen den riesen Eichhörnchen. Aber als sich das gerade so bewegt hat plötzlich, habe ich doch ein bisschen nicht mit gerechnet irgendwie. Ach du fucking Scheiße. Ich habe nicht damit gerechnet, dass die wirklich so groß direkt vorm Fenster sind. Cool, I guess. Sind schon wieder Weihnachten. Okay, dann in Max Zimmer, schätze ich mal. Ja. Ich mag das lieber, wenn ich die Kontrolle über das Zeiss zurückdrehen habe. Und nicht irgendeine höhere Macht. Ist sogar Max rückwärts? Und? Nee. Selbst die fucking Musik spielt rückwärts, Alter. Das ist alles rückwärts, Alter. Ist das auch gespiegelt hier, der Flur? Nee, der Flur ist gleich wie sonst. Nur die ganzen Leute und so sind rückwärts. Schnell, schnell Mesul. Selber schnell, schnell Mesul. Alter! Was passiert jetzt, wenn ich hier zurückspule? Dann spiele ich ja wieder vorwärts. Stimmt! Das ist ja cool, das wusste ich gar nicht. Dass wir jetzt quasi nicht Kraft haben, vorwärts zu spulen. Das wusste ich nicht. Das Reh. Ja klar, zu den Barthrooms, wo alles angefangen hat. Das Reh, Alter. Da ist es ja. Genau! ... ... Untertitelung des ZDF, 2020